...projekte aus dieser Aktion. Es ist immer schwer zu sagen, ich freue mich. El proyecto que está detrás de esta Aktion es siempre difícil de expresar. Ich kann trotzdem sagen, auch im Namen eines Teams, wir sind inzwischen elf Leute, wir freuen uns über jeden Ort der Neuer Zukunft, über das Land, aber das Neue Zukunft, über das Land. Ich kann sagen, jeder einzelne Stein ist ein Grund zur Freude. Mit ihrem Team, die mit dem Zeitraum enthält sich von 11 Personen, wird er froh, dass jeder Land, der sich in diesem Projekt incorporiert, und er froh, mit jeder einer der Piedras, die er stellt. Meine Damen und Herren, ich möchte erst einmal die Organisations im Vorort, und als Künstler eine Idee haben, das ist einfach, aber es muss in den Orten, und es muss in den Orten, das ist einfach, aber es muss in den Orten. Ich möchte auch die Institutionen und die Personen, die das mögliche tun haben, weil eine Sache ist, dass ein Projekt von einem Artisten, und andere Sache ist es, dass es sich zu machen. Ich danke auch an die Stadt für die perfekte Vorbereitung, habe ich nicht überall so. Ich danke der Stadt, die perfekte Organisation und die Präparation der Aktion von heute. Das Projekt ist jetzt die Form, die ich mir gewünscht habe, überall dort in Europa, wo die deutsche Wehrmacht, die erste Gestapo, die Faschisten, die Nazis hier umgehen getrieben haben. Das Wort symbolisch, das ist eine Aufmerksamkeit. Ich möchte mich auf jeden Fall an, in jeder Land der Verkauf und der Nazis, in jeder Land der Verkauf, in jeder Land der Verkauf oder der Nazis, das Faschisten und der Nazisten, das ist also eine Erkrankung, die Aufmerksamkeit an sich über die Lande. Vielen Dank.